Musik Bereits acht Jahre war Max Beckmann nun schon ungewollt im Exil in Amsterdam. Er war 1937 aus Deutschland geflüchtet, einen Tag nach Hitlers Radioansprache zur Eröffnung der großen deutschen Kunstausstellung in München. Waren vorher noch Tagesausflüge ans Meer möglich, so sitzt er nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im Jahr 1940 mit seiner Frau mehr oder weniger in einem kleinen Grachtenhaus am Rokin 85 fest. Dort erträgt er den Fliegeralarm, die Lebensmittelrationalisierungen, den schlimm Hungerwinter, die Kälte, weil nichts mehr da ist, um die kleine Wohnung zu heizen. Das Verdunklungsgebot hält den Formalen ab, die Sperrstunden am Abend verbieten weitere Freiheiten. Beckmann bekommt die Razzien und Deportation des nahegelegenen Judenviertels mit. Menschen und Freunde verschwinden. Auch das Versteck von Anne Frank ist nur wenige Straßen entfernt. Zumindest gelingt es ihm, über Umwege wenige Gemälde zu verkaufen, um von dem Erlös auf dem Schwarzmarkt wenigstens das Nötigste zu ergattern. Aber Max Beckmann resigniert nicht, sondern er malt. Er malt so viel wie nie zuvor. Allein von seinen insgesamt zehn fertiggestellten, großformatigen Triptichen entstehen sechs in seinem Exil in Amsterdam. Unser Gemälde vor dem Kostümfest malte 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In diesem Gemälde kann man die Enge und Isolation, unter der Max Beckmann in dieser Zeit leidet, spüren. Alles in der Komposition ist in einem kleinen Raum zusammengedrängt. Es scheint kaum Luft zum Atmen zu sein. Es gibt keinen Ausgang, keine Tür, die man öffnen könnte. Die drei Frauen, die sich laut dem Titel des Bildes für ein Kostümfest fertig machen, haben wenig Platz und sind teilweise in den Bildgrenzen angeschnitten. Sie tragen die typischen holländischen Mützen. So bezeichnet Beckmann das Gemälde zunächst auch als drei Frauen mit holländischen Mützen. Doch in ihren Gesichtern entdeckt man nichts Heiteres oder eine Vorfreude auf das zu erwartende Fest. Keiner lacht oder blickt den anderen an, auch berühren sich diese nicht. Im Gegenteil erscheinen die traditionellen Flügelhauben wie dicke Helme, welche die Ohren abdecken und die Frauen von der Außenwelt abschirmen. Nicht nur die dunkle Farbigkeit und Beckmanns charakteristische dicke schwarze Konturen unterstreichen die düstere Stimmung, sondern auch weitere Symbole, wie beispielsweise der Blumenstrauß, den die rechte Frau in der Hand hält. Durch diesen hält sie fast wie eine Zigarette, äußerst lapidar mit nur zwei Fingern. Die wenigen Blumen hängen traurig nach unten. Und auch der große, fast völlig schwarze Vogel gegenüber scheint nichts Gutes zu verheißen. In seinem Tagebuch nennt Beckmann das Gemälde am 22. April 1945 drei Frauen mit Papagei. Doch einen farbenprächtigen Papageien, wie er ihn schon mehrfach, beispielsweise in den früheren Gemälden, Quappi mit Papagei oder der großen liegenden Frau mit Papagei darstellte, sucht man vergeblich. Nur noch ein kleiner bunter Streifen ist in dem Federkleid des rabenähnlichen Vogels übrig geblieben. Max Beckmann hatte ein besonderes Verhältnis zu Tieren. Er sprach mit ihnen im Zoo, liebte Katzen und ganz besonders seinen Pekinesen Butchi. In seinen Gemälden sind sie immer wieder als stille Beobachter präsent. Denn sie allein können hinter den Vorhang des immer wieder von ihm thematisierten Welttheaters blicken. Eine Metapher für die verschiedenen Rollen, die der Mensch im Leben spielt. Was mag wohl der Rabe sehen? Denn auch die drei Frauen spielen ihre Rolle in diesem Welttheater, für das sie sich verkleiden. Es ist der Moment vor dem Fest, der Zeitpunkt vor dem offiziellen Auftritt. Die rechte Frau mit dem antikisch anmutenden weißen Kleid fühlt sich unbeobachtet, achtet nicht auf den verrutschten Stoff. Ein intimer Moment, in dem jeder allein mit den eigenen Vorbereitungen beschäftigt zu sein scheint. Ihr Handspiegel zeigt nicht ihr Spiegelbild, also die Realität, sondern eine tiefschwarze Fläche. Diese verweist im Werk Beckmanns auf eine verborgene Erkenntnis, eine Wahrheit, die hinter der Wirklichkeit steckt. Dieses Unsichtbare sichtbar zu machen, die Sehnsucht hinter die Spiegel zu sehen, war das proklamierte Ziel des Malers. So notierte er vier Jahre später in seinem Tagebuch, Manchmal höre ich etwas wie eine Art Widerhall von meinem Leben jenseits des Lebens, doch nie und nimmer ganz das von meinem Ich, dem ich nach wie vor unbekannt gegenüberstehe. Oh, viele Spiegel sind notwendig, um hinter die Spiegel zu sehen. Vielen Dank.